Schneeballschlacht bei Giant & Muddy. Ich hab keine Schneebälle mehr, das ist voll scheißig. Ach so, ich dachte das sind oben die leben. Ne, das sind die Schneebälle. Aber die kommen nach einer Zeit wieder, glaube ich. Augenblick mal. Weil vorhin die hatten wieder welche. Du musst irgendwie graben, du musst graben nach den Dingen. Ach so, wie macht man das? Wo macht man das? Weiß ich nicht, irgendeine Taste so, da irgendwie beugen, nach unten beugen. Ne, nicht in echt runter beugen. Ja, hätte das ein können. Das ist ja wie Motion Plus. Ah, A und B, A und B. Ach so, dann muss man schütteln. Ja, alles klar. Fick dich. Perchall. Wer ist denn wer von euch? Ich bin der, der komisch ist mit der Kugel, der jetzt hier rumläuft. Weil ich keine Schneeballschlacht. Du hast verloren, oder was? Ich glaube schon. Ich habe sie verloren. Ich habe ihn nicht ganz verstanden, aber... Ich habe auch mal eine Hauptsache. Na gut, jetzt wo man das Prinzip noch verstanden haben. Komm, nochmal. Das ist das nächste U-Land-Tournee. Auf jeden Fall. Ja. Boah, Alter. Geht einfacher aus. Boah. Komm im Spiel, das keiner erkannt. Also im Spiel sowas, wo... Jawoll. Wo Zelda, wo Zelda gewinnen. So ein Turnier, wo Zelda oder Top gewinnen können. Ja. Was macht der denn? Er wirft die Dinger weg. Wend im Außenwurf oder so. Wend im Außenwurf oder so. Wend im Außenwurf. Hat ja dieser Schneemann, der kurz gefahren. Die bestimmt man die Richtung beim Werfen mit Zielen? Ja. Wend im gar nicht. Also da in die Richtung, die du guckst, nutzt du auch. Ah. Toll. Alter, wie er buddelt der Giant. Gegen COM spielte... Nee. Doch, ich muss noch gegen den COM gewinnen. Ah, jetzt. Hat er wieder gewonnen. Jetzt hat er wieder gewonnen. Mal gucken, welche Flüssi anders spielen. Ja, guck mal mal. Hat's halt auch... Ich hab einfach so einen gewissen Grund. So, was haben wir noch hier? Das war ein Dings, oder? Das war der Sonne. Das war der Sonne.